Hallo, grüß euch! Seht ihr, heute ist es total verschneibt. Es schneibt den ganzen Tag. Und heute habe ich mir gedacht, ja, frische Luft ist gut, da verbrenne ich Kalorien. Und seht ihr, jetzt habe ich einen Schneemann gebaut. Seht ihr? Mein guter Freund, der Seppi. Das ist der Seppi. Gefällt euch? Gebt mir ein Like, wenn euch gefällt. Daumen hoch. Ja, es ist wichtig, auszugehen, wenn es warm anzieht. Frische Luft ist gut. Da verbraucht ihr Kalorien. Wenn ihr mal rein kommt, dann fühlt ihr euch wohl. So, jetzt schneibt es den ganzen Tag. Oh, legst du die nicht. So, das schaut doch von der Seite aus. So, dann wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf und wenn es gesund seht, dann ist es gut. Da hat es viel D tringer, das hilft euch, wenn es krank ist. Da hat es nicht verzweifelt. Es gibt immer wieder einen Tag, wo es euch noch besser geht. So, unser mal Schneemann. Ich verabschiede uns und wünsche euch einen guten Mittag. Jetzt ist es ungefähr halb eins. Kurz Mittagessen. Baba, pführt euch. Alles Gute. Baba.